so so nein doch verfickter Hurendrecksmist ihr habt nichts gesehen nein nein ihr habt nichts gesehen äh scheiße ich wollte mit blockmagic anfangen na und? ich hab mein schwert ins world geschmissen dein starkes ja scheiße komm zu mir rüber ne ne ich crafte mir ein neues ich brauch meins nicht mehr ne ich crafte mir ein neues damit die leute das in der folge auch sehen dass ich mir sowas crafte weil das letzte mal war das ja ist das offscreen passiert jetzt kann ich nicht nachlesen was mit geschrieben wurde verdammt egal ich brauch vier davon ich brauch vier davon drei eins was ist das da das ist gut das ist gut ach komm jungkinder warum mal tyrox hat von mir mal ne supreme armor bekommen weil ich hab die jetzt für die quest gecraftet und wir brauchen sie nicht bei uns in der Mannschaft okay und ich glaub der kann noch nicht vernünftig fliegen der kriegt von mir ein jetpack der hat sich eins gewünscht mit dem kann er fliegen von creative fly okay der hat sich halt bei mir eins gewünscht und ich hab ihn mit dem hergestellt gehabt so der virus hm das ist ein kirchendenke ja der muss 308 3080 mal getroffen werden bevor er mit der rüstung nicht mehr fliegen kann weil sobald ein teil der rüstung kaputt ist hat er keinen flugeffekt mehr auf der rüstung aber die hält halt ein bisschen okay wo ist denn war das jetzt so ein blaues teil ah hier supreme block ist so aber befiegt sich das 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 befiegt sich nicht das 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 brauche ich supreme apple was machst du da ich hab dich wohl entdeckt achja stell dir jetzt kirchenbänke auf oh mein gott ja warum weil ich ne kirche baue warum weil ich ich weiß keine ahnung weil du doof bist ne jetzt ne jetzt ne ne oh lo also doch ne 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 ich hab grad gesehen ich hab grad gesehen dass man sich auf die bänke sitzt jaaa das haben so einige mods an sich dann falsch gebaut ne das ist die falsche ecke die du hast so das ach man äh wo heißt das ding warte ich hole dir die richtige da jetzt wir mit dir wöcke äh p p e w das und du brauchst das hier halt das da falsch da hinten das auch und jetzt da steht nicht ohne grund left and right dran ja das hab ich zuerst das willst du das echt so eng hier drin machen das ist nicht eng wenn du hier noch doch das ist fucking eng nein nein das ist okay oder warte mal dann kann ich das ich hole dir nochmal eben die andere seite ja ja fehlt kann ich das doch eigentlich so machen das oh verdammt das das ja so ist es viel besser hast du wenigstens einen vernünftigen gang zum landlaufen ich schätze hier mal auch noch eine bank hin so ich hole ja die linken stöcke genau und hier wird ja der burner ja und oh Mist ich habe keine mittelstücke das ha ha und hier haben wir das schwert das kommt in die mittel zwei mittelstücke so wir haben uns heute hier eingefunden zwei um uns zum wahren glauben zu bekennen warte ich muss mal eben den anderen mantel dafür holen ok und da habe ich mein schwertchen wieder muss mindestens eine kirche in folge geben es hat jetzt sechs minuten gedauert ähm ne dann müssen wir co2 und tyrox verheiraten nein ich werde der priester sein dann melvin und nein tyrox keine schlägerei in der kirche boah haltest du was im inventar ja ach da oben ist ein kram stecken oh ich habe jetzt durchgeguckt weil nichts mehr zu sehen war so ich habe alles oh gott ich wollte jetzt hier mit dem äh dingens gedöns blood magic ich bin folgedarf eh nicht ohne tyrox genau tyrox muss ja die braut sein wie immer genau so jetzt kann ich priester spielen äh äh was hast du denn ich habe einen schwarzen roten mantel äh den sehe ich nicht kann ich leider oh das sind keine satans kirche doch sind wir so so wie wir das vorgestellt guten tag meine liebe gemeinschaft wir sind nun hier um uns für den wahren glauben zu erkennen und nun sprechen wir nach heil dir satan heil dir satan heil dir satan heil dir lucifer lucifer genau ne das ist ne neeein doch hast du auch was weggeschmissen ins void hä ne schau ok jetzt fühle ich mich von den boden veräppelt oh ich weiß warum hä weil ich den arrow damage auf null gesetzt hab oh mein ein dir ja dann das erklärt so einiges dann ich brauch dieses opferschwert äh den deutsch den hab ich hier irgendwo der ist dort ich ich will ich will gar nicht mehr in die kirche hey ich baue die kirche halt wirklich um dass es hinten eine satanistische ist nein das war nicht geplant hä wie kommst du denn da rein achso du hast diesen stab du 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 kuchen du 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 Kuchen 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 wie viel liter blut passt in ein opferaltar rein Kuchen ähh 10.000 ich brauche 20.000 für sowas ne komisches ne 2.000 brauche ich für so ein ding ja hinterher musst du mit äh verschiedenen runen drum herum arbeiten ja ja das weiss ich ja das ist halt kenn das ja durch andere modpacks aber es ist das erste mal dass ich das halt richtig mache gerade und da war das blut weg schön das heißt erstmal blut sammeln bevor ich den dia rein mache ne deine schuld meiwenn ne 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 ich hab 50 gold öpfel op ne 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 Ja, die ist echt perfekt. Ja, wo ist denn? Ich hab's abgebaut. Warum? Ist das... Oh! Aber wenn ich jetzt auf... Wenn ich jetzt auf dem... Weißt du, was das Beste ist? Du kannst es jetzt jederzeit umändern. CO2, wenn ich jetzt auf dem Altar nichts drauf habe, kein Item, dann wird das Blut gespeichert, oder? Äh, ich weiß, je nach... Nicht, jetzt genau wie es in der Version ist, je nach Version, äh, zieht der irgendwie 2% verbrauchen sich. Und danach stoppt das. Okay, naja, das ist jetzt so gerade toll. Sagen wir, nachts über gibt's die Satanskirche und tagsüber die christliche. Okay, das ist für mich in Ordnung. Okay. Äh, ich muss mal etwas Kraften, um dauerhaft nachzumachen. Nein. Äh, Celestial Manipulator. Was? Dafür brauche ich ein Dragon Egg. Drachenei. So. Wo krieg ich denn nochmal Schallkaperlen her? Ich wusste, ich hatte eigentlich schon mal irgendwo kein Reich gehabt. noch was ich verabreislang. Ach so. Ich, das ... Äh ... Ähm ... Hä? Ich brauche für den Alchemietable das dort das kriege ich mit einem Diamant und Tier 1 was ist denn Tier 1 Tier 1 ist der erste Blattbau den du herstellst ja dann mache ich mit dir hier kommen Partikel aber ich bin gerade im End also dauert einen Moment bis ich gucken kann der Altar ist aber auch voll ja der ist randvoll mal gucken ist das Minecraft Musik? entweder es passiert was oder es passiert nichts oh das ist Minecraft Musik das Blut wird aber weh das Blut wird auf jeden Fall weniger ja komm wandle dich um oh da haben wir einen sehr schön ich kann mir den Altar machen ruckelt es bei euch? nein und hier weil ich Chunks gerade generiere das und das da äh ja alles gut oh okay braucht jemand einen Bloodmagic Tisch ich hab Gott 3 aus Versehen hergestellt wofür bräu Bloodmagic würde sich rufen was für ein Bloodmagic Tisch äh diesen komischen Alchemie-Tilbe äh ja einfach ein ZM bring ich dir gleich vorbei du hast 3 gemacht ja hi Malvin hi hier schenk ich dir ja ich hab ihn ich hab den Kopf ich hab den Kopf oh 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 den mache ich da hin das ist Blutmagic oder? Böse Magie ja vielleicht setze ich mich mal damit aus du setzt dich damit aus oder Auseinander eigentlich ich setze Melvin auch mal aus okay ähm ich tue den tisch hinten bei dir wo dein Altar ist hinsetzen so er soll nicht sodass er soll mittelgesetze aber da ist jemand blöcke fahren und die blöcke von du hast schon gefahren weil die neue blöcke hast ja ich war ich habe ein ding ist doch eine query aufgestellt im musik dann später oder machen beziehungsweise bilders block der auch abbauen getrimmt ist ist das der lässt sich nicht in dem mittel platzieren schade screenshot habe ich auch gemacht denn die folge ist wieder zu enden